Hallo Leute und herzlich willkommen zu noch einer Episode von Fail Squad Matcher. Neben dem Fail sind auch ein paar Glitches dabei, die mir beim Spielen aufgefallen sind. Hiermit wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Beim ersten Video haben wir ein Glitch, wo sich der Köder einfach wegbewegt, nachdem ich gegnockedownt wurde. Das ist in der Lavastadt passiert und ist nicht das erste Mal, sondern auch als ich mit Causty gespielt habe, ist die Gasfalle einfach weggeslidet in den Gegner hinein. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber es ist lustig zu sehen, wie sich die Objekte einfach wie vom Geisterhand wegbewegen. Oh mein Gott, ein Hit noch, und der, ah scheiß Mosambik, so richtig, Beste. Mosambik ist nur gut, äh gut, wenn du diesen Aufsatz hast, weil dann macht sie richtig. Ah, so behindert, ja. Mosambik. Ja, sicher. Fertig. Mosambik. Mit Mosambik bringst du ihn um, ja. Also, das ist ein, alle auf einen. Einmal, die Steps, ja. Ja, das war los. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich komme nicht rüber, ich will rüber! Nein! Ich habe dich rüber! Entschuldigung! Dieser Glitch handelt jetzt um das Verschinden der Kiste. Natürlich war in der Kiste ein goldenes Schild drinnen und ich war ziemlich wütend darauf, dass sie weg ist, was ihr jetzt auch im Clip sehen würdet. Wo ist eine Kiste hin? Wo ist eine Kiste hin? Nein, ich bin runtergefahren! Oh mein Gott! Goldene Schild, goldene alles in der Kiste! Kann nicht sein, wo ist die Kiste hin? Nein! Die Kiste ist nicht da! Goldene Schild war in der Kiste! Ich hab... Jetzt geht's los! Ich hab... Nein! Ich habe den R Tory! Ich hatte einen Bruder, ich hab's durch! Ich habe keinen Bruder. Wir sind Tautanzüge! Nächstes Offer! Genau! Ihr habt einen Blut! Ich hab dir gesagt, zu mir Rauch und wiederbeleben. Ja, ich bin nicht Spider-Man. Ja, du bist. Das war's für heute. Liken, kommentieren nicht vergessen und abonniert meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Euer Piki. Euer Piki.